Hallo und herzlich Willkommen zu deinem Lebe-Glücklich-Podcast, dein Podcast für deine Seele. Mein Name ist Nina Giese und ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast, heute am Sonntag wieder zu einer neuen Folge mit den kosmischen News. Heilsamer Neubeginn, jetzt spürst du, was richtig ist. Ja, das ist die Energie der aktuellen Zeit. Jede deiner Zellen scheint nun förmlich zu spüren, was richtig ist, als würde die göttliche Information durch dein Bewusstsein und durch deinen Körper fließen, um möglichst konkret von deinem gesamten Sein entschlüsselt zu werden. Ja, das sind die kosmischen Geschenke der aktuellen heilsamen Energiewelle und ja, dies bezieht sich auch auf Partnerschaften sowie zwischenmenschliche Kontakte. Es ist jetzt so wichtig, dass du hinspürst, denn dein altes System, also deine Gewohnheiten, spielen dir sonst einen Streich. Diese Form der Wahrnehmung ist ganz fein, wie ein leiser Weckruf, wie eine leise, doch aber auch klare Botschaft. Jetzt ist es an dir, auf diese zu hören. Das wird für viele von uns ungewohnt sein. Ich bemerke es an mir selbst, wie leicht es mir fällt, meine innere Stimme zu hören und ganz ruhig und souverän die Gegenargumente meines analytischen Verstandes hinten anzustellen. Das war vor einiger Zeit noch nicht so. Da konnte ich mich schon mal bei wichtigen Entscheidungen im Für und Wider verlieren und so lange in mir selbst diskutieren, bis meine innere Stimme danach total verzerrt war und vielleicht auch manchmal sogar stumm. Es geht jetzt generell um Neubeginne, also um diese zwischenmenschlichen und Partnerschaften, aber auch um alle anderen Neubeginne. Es geht um wundervolle Chancen, jetzt dein Leben in eine erfüllte und heilsame Richtung zu lenken. Chancen, die es nun zu ergreifen gilt, um mit tollen Möglichkeiten einen neuen Boden zu bilden, auf dem du deine weitere Schöpfung kreieren wirst. Also, steh auf für dich, klopf dir den alten Staub aus den Klamotten und triff Entscheidungen. Möglichkeiten dazu gibt es jetzt jede Menge und bei manchem wird es sich so anfühlen wie so ein ganzer Sternschnuppenregen an Möglichkeiten. Viele von uns spüren diese Möglichkeiten und den Wunsch nach persönlichem Wachstum. Also, und gerade eben habe ich ein Telefoncoaching mit einer tollen Frau beendet, wo es um ihr berufliches Wachstum ging. Sie hat sogar schon eine tolle Website, gigantisches Fachwissen, eine tolle Ausstrahlung, also erstmal alles, was man so braucht. Wir haben dann ihre Seinspotenziale gecheckt. Seinspotenziale, das sind ihre persönlichen Stärken, die ich in solch einem Fall über einen Test ermittle. Und da haben wir festgestellt, dass sie im bisherigen Angestellten-Dasein natürlich immer anecken musste, da sie eine hohe Autorität und Führung als Stärke hat. Damit wird man natürlich als Angestellte nicht wirklich glücklich. Dann spürt man, dass einem die Arbeit Energie klaut, dass man müde ist, man brennt aus. Und natürlich war das bei ihr so und natürlich spürte sie den Ruf ihrer Seele nach Veränderung, nach Selbstständigkeit, so ein brennender innerer Wunsch. Total klar. Aus diesem Grund hatte sie auch schon die Website. Aber es gilt jetzt eben auch, genau auf diese Sehnsüchte zu hören. Und da reicht es auch nicht aus, einfach eine schöne Website zu haben. Da müssen wir uns zeigen. Und da hakte es bei ihr noch so ein bisschen. Sie hat sich da schon noch so ein Stück weit versteckt. Und ihr altes System wollte dann doch vielleicht so das Angestellten-Sein immer wieder in Erwägung ziehen und den Seelenruf ja regelrecht ignorieren. Und deswegen ist sie auch bei mir gelandet, weil sie spürte diese innere Zerrissenheit und dass es ihr mit dieser Zerrissenheit nicht gut ging. Das haben wir natürlich in dem schönen Coaching-Gespräch auch geklärt. Und jetzt hat sich der Nebel bei ihr gelichtet. Jetzt weiß sie, wo sie steht. Sie weiß jetzt, wer sie ist. Und jetzt geht es auch in ganz, ganz großen Schritten voran. Warum erzähle ich dir das? Wenn du deinen inneren Ruf spürst, dann ist da was dran. Wenn du das Gefühl hast, häufig müde zu sein, ausgebrannt zu sein, dann ist da was dran. Und die aktuellen kosmischen Energien helfen dir herauszufinden, worum es bei dir geht. Du musst nur hinhören und den Mut aufbringen, das Ganze dann Stück für Stück umzusetzen. Und das meine ich auch damit, wenn ich sage, das wird für viele jetzt neu und ungewohnt sein. Diese tolle energetische Bewegung lässt alles fließen und lässt uns auch flexibel kreativ sein. Bleib weise, bleib achtsam und vor allen Dingen sei aktiv. Denn dieses Fundament, welches du nun anlegen kannst, hat das Potenzial auf Langfristigkeit, also auf langfristigen Erfolg, auf langfristiges Wachstum. Also, es ist enorm wichtig, jetzt all das, was in dir ist, nicht mehr zu ignorieren. Nimm dir die Zeit. Diese Energiewelle ist eine einzigartige und eine wunderschöne, die dich nach vorne bringen will, die dich in dein Sein bringen will, die deine Seinspotenzial, also deine Stärken, wachküssen möchte und dir helfen will, diese zu leben. Und noch was, in der nächsten Woche wird es noch intensiver, denn da haben wir die große Chance auf Grandioses weiterkommen. Also, das nimmt jetzt alles richtig, richtig Fahrt auf, aber davon erzähle ich dir am kommenden Sonntag, deswegen nicht verpassen, Podcast abonnieren, kennst du das ja. Ja, und ja, solltest du diese Zeit aktuell eher als schmerzhaft empfinden, ist es ein Hinweis für dich, noch tiefer in dir selbst zu schauen und dich von den äußeren Bezugspunkten zu lösen. Also, nicht mehr die Verbesserung im Außen zu suchen, nicht mehr die Schuld im Außen zu suchen oder in der Vergangenheit oder mit deinen Identifikationen, ja, dir nicht selbst im Wege zu stehen, sondern schau wirklich tief in dich hinein, was ist dir wichtig, was willst du wirklich, was ist dir am wichtigsten, ja. Wenn bei dir noch was im Ungleichgewicht ist, wenn bei dir noch etwas Heilung braucht, ja, wenn bei dir noch etwas mehr Bewusstsein braucht, dann kann es sein, dass du aktuell diese Zeit als, ja, turbulent, als schmerzhaft, als leidvoll erlebst. Aber auch wisse hier, es ist alles richtig. Und wenn du genau hinschaust, wirst du erkennen, der göttliche Plan ist mehr und mehr erkennbar, auch wenn so manches Mal es so aussieht, als wäre es stürmisch und unberechenbar. Ja, komm gut durch die Zeit und wie immer gilt, wenn ich dir helfen kann, dann lass uns doch einfach mal reden. In den Shownotes findest du alles, was irgendwie zu mir führt. Ich freue mich auf dich von Herzen. Das Allerschönste für dich, deine Linda. Bis zum nächsten Mal.